Ja, das geht doch nicht! Ähm, na Quatsch, P. Wegpunkte, Baumhaus! Wegpunkte, Baumhaus! Das ist ja scheiße! Hinteleportieren! Hintelportieren! Hoffen, dass ich jetzt nicht runterfalle. Äh, Steinbruch. Hier hinten. Hintelportieren. So. Dann... Will ich mal hier vernünftige Dinger hinstellen. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du Arschloch, kannst mir gar nichts, du bist nur Gottes Kack. Machen wir mal zur Sicherheit so, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich nichts bringt. Und was sagst du? Ich soll jetzt mal meine Motoren anschalten. Ja? Kannste. So, und unsere zweite Query läuft. Und ich helfe mir mal gerade hier. Und die läuft sogar blau jetzt. Wenn die grün läuft, dann ist das eigentlich die maximale Geschwindigkeit. Wie viel Strom produziert dann hier so eine Maschine? 6 MJ pro Tick. Ah, lol. Oh. Stored. Heat. Ja, ganz schön schnell heiß. Wenn die wieder explodieren, dann bin ich immer sauer. Da werde ich eigentlich die ganze Zeit angesch... Guck mal, muss die kurz schreiben. Ha. Also ich glaube, der Steinbruch, der funktioniert mit höchstens... Der Output ist einfach nicht groß genug. Mit höchstens, äh... 20 MJ pro Tick. Ja, irgendwie... Jetzt sollte der die maximale Geschwindigkeit haben. Das sieht man eigentlich immer an der Farbe. Wie schnell der läuft. Jetzt rot zum Bremsen. Ja, hi. Ich muss sagen... Das ist einer der schnellsten Steinbrüche, die ich je gebaut hab. Das ist eigentlich mal gucken, komm. Nee, kann er nicht. Nee, kann er nicht, Mama. Du machst auch nur dein Ding, oder? Tö? Ja. Was soll denn tö heißen? Bin auf Schreiben gekommen. Tö? Tö? Ich sammle hier mal ein bisschen Eisen aus den Wänden. Dann kann ich vielleicht schon mal für die Sachen, die aus der Query rausgedingstet werden, einen vernünftigen Messerator vorbereiten, damit das alles schneller geht, wenn ich die ganzen Rohstoffe, die ich mir jetzt hiermit sammeln werde, verbrauchen möchte. Meine Wänd ist fast kaputt. Ich brauch unbedingt mehr Schatz. Ich brauch Schatz und ich brauch alle anderen Rohstoffe auch. Und ich hab jetzt keine Fackel dabei, oder? Doch! Als ob ich's gewusst hätte. Kupfer... Irgendwas anderes... Übrigens, wir brauchen unbedingt einen Verzauberungstisch, hab ich das schon mal gesagt. Nein. Weil... Ich hab mittlerweile 35 Level. Durch zwei, durch sie... Witch. Witch. Ich weiß nicht. Ich haberte noch... Boah, Akku. Ich brauche unbedingt Longfalling Boots. Ich auch, weil vorher, ich will, guck, dass ich mir erst die Longfalling Boots mache, bevor ich mir ein Jetpack mache, ich kenne mich nämlich, sonst stelle ich mich öfter als du jetzt schon. Aber ich hab dort so langsam gut raus. Ja, es lief man. Nicht, dass wir den Mobs killen, mich, sondern im Jetpack fliegen. Lol. Habe ich mir gerade unter den Füßen hier ein Loch eingebuddelt. Das ist cool, weil aus Hidden Shards können wir die Axt machen. So. Eisen. Das ist wahrscheinlich wieder Silber. Ich hab keinen Bock mehr auf Silber. Ja, Silber. Ich weiß gar nicht, weil ich mir den ganzen Silber ansteuere. So. Ah, da ist Zinn. Gib mir Zinn. Ne, das war Lead All. Scheiße. Das könnte aber Sinn sein. Wir haben ziemlich viel dabei, was wir eigentlich nicht dabei haben müssten. Timore, redest du jetzt mal bitte mit uns? Ja, Entschuldigung, hat gerade das Telefon geklingelt. Wir machen gleich mal ne Aufnahmepause. Ich hab die Spitzhacke. Das ist schön. Weißt du auch, wie die funktioniert? Ja. Wie? Wie funktioniert die denn? Cool, noch mehr Zinn. Achso, jetzt hab ich vergessen. ein F zu drücken und ich hab schon ausführlich erklärt. Also wenn ich schiffe und dann Rechtsklick mache, dann zeigt er mir an, was unter meinem Block ist. Und wenn ich nicht schiffe, dann zeigt er mir an, was mein Block ist. Das ist voll falsch, das hat überhaupt nichts mit Schiff zu tun. Aber sonst richtig oder was? Nein. Rechtsklick und der zeigt mir, was drin ist. Ja, du machst einen Rechtsklick auf einen Stein, wo auch immer du willst. Und der zeigt dir dann an, was da drunter ist. Und gehst du bitte aus meiner Spalte raus? Da bin ich nicht drin. Sieht aber so aus. Hä, ich bin in meinem Haus. Echt? Spring mal hoch. Lol, ich bin gerade irgendwo in einem Berg unter meiner Spalte und das sieht aus, als wärst du in meiner Spalte unterwegs. Ich hab dir gesagt, du sollst aus meiner Spalte rausbleiben. Ich gucke mal. Ups. Grüsterli. Gold ist eigentlich auch immer ganz cool für den Minium-Stein. Die Samen hier, die paar, die können weg. Ah, jetzt wird schon wieder auf mich geschossen. Von wem? Das Skelett. Schade, ich dachte von so nem Vieh. Was für ein Vieh? Na, With. Oder wie die heißen. With, genau. With. Blow my whistle, baby. Ähm. Bergerkundungstour, weil das so ultra interessant ist und wir die Hälfte liegen lassen, weil ich nicht so viel zum abbauen dabei habe und mein Zauberstab gleich kaputt ist. Und wir haben wieder Eisen, das freut mich. Und Tin haben wir in Maßen, leider nicht in Massen. Aber schon mal ein Anfang. Und hier draus können wir auch Eisen machen. Sogar ziemlich viel. Aus einem Stack Gold kann man 8 Stacks Eisen machen. Toll. Und aus 8 Stacks Eisen macht man glaube ich 2 Stacks Ender Perlen. Abbau, Zauberstab. Fertig. Wend of, äh, Excavation oder was? Ja. Du hast doch so nen Austausch Zauberstab oder nicht? Abbau. Ja, du hattest doch so nen lilanen Zauberstab oder nicht? Das ist Equal Trade. Ja, ich weiß, aber du hast... Ich frag dich jetzt zum 4. Mal, ob du so einen Land of Equal Trade hast. Ja. Würdest du mir den gleich mal leihen? Keine Ahnung. Warum? Keine Ahnung. Hier komm ich her. Pisser. Mensch. Was ist denn los? Keiner will der wahr sein. Selbstgespräche führen macht echt Spaß. Oh ja. Wenn nur ein... Einen Stimme in Rot's Kopf. Gott's Fick. So ist mein Name. Gold. Zwei Gold Tuplonen. Naja. Ja, ich mach gerade mal kurz was. Du hättest jetzt eigentlich reagieren müssen, aber... Jetzt. Jetzt bin ich da. So. Wo bist du? Ich hab durchs... Macht. Was hast du gemacht? Dauert. Also nicht Dauersenden, sondern Sprachaktivierung. Ich kann endlich mal flüssig mitreden. Zwei Gold Tuplonen. Oh. Keine Ahnung. Was bringt mir das? Spongebob aus Plastik. Ach so. Lall, ich hab dir direkt zwei Spalten nebeneinander. Lecker. Ja. Geiler Dreier. Geiler Dreier. Geiler Dreier. Zwei Spalten und ich. Geiler Dreier. Endlich kann ich auch mal nochmal Witze reißen. Da unten ist ein Mesen. Das singt die ganzen Tag eigentlich nur ein Lied. TNT. Ein Dynamite. TNT. Ja, es handelt sich mal. Äh. Äh. Creeper. Ne Creeper. Hey Creeper. Ich hab scheiße gebaut. Das muss zu der Creeper Köln. Gib bloß das Eisen her. Ich hab jetzt ein Stack Eisen. Das heißt zwei Stacks Eisen, wenn ich das Messerated habe. Lol. Die eine Spalte endet genau in der zweiten Spalte. kenne ich irgendwoher. Pfff. Pfff. Und schon wieder bist du still. Pfff. Entschuldigung. Ich babbel die ganze Zeit und du ignorierst das einfach. Weißt du? Das ist so krass. Wie viel Kristall hat der Diamant? Zwölf. Ah, ich hab hier acht. Guck mal nach, das ist glaube ich dann auch hier so Saphir oder so. Kann man sich gut Werkzeuge draus machen. Weiß. Da oben, das will ich haben. Pfff. Naja, der zeigt das zwar nicht genau an, aber... Ach, da meint er das. Das ist Rubin. Ah, und das glaub ich es war zu tun. Und Gold. Geh doch schwimmen. Wer? Du oder ich. Zombie. In Lava schwimmen. Zwölf. Lol, die Spalte ist gigantisch. Jaha. Ja gut, dann hab ich Diamanten gefunden. Schön, ich hab meine schon fast verbraucht, weil ich so verdammt viel gecraftet habe. Das ist ja eine riesige Ader. Äh, ich habe gerade acht Diamanten auf einen Schlag. Was hast denn du gecraftet? Tesserakte und die ganzen Maschinen und so. Die brauchen echt verdammt viel Zeug. Oh lol. Das ich das immer durch den Halbschlaf hinbekommen habe. Eisen auch immer mitnehmen. Ganz wichtig ist Gold. Wie viel, was hat der? Wer? Gold. Weiß ich nicht. Ausprobieren. Ich hab Silber. Aha. Was bringt Silber? Kann man später gebrauchen, aber ich finde verdammt viel Silber, muss ich sagen. Ich bin erschrocken, dass ich so viel Silber und so wenig Zinn finde. Ah. Fire Shards. Ich finde hier nur die blauen. Die brauchen mal lila, ne? Der Abbau-Zauberstab ist geil. War leider auch so schnell kaputt. Geht, ne? Wackt bei dir der Sound von dem auch rum? Nö. Doch, ab und zu. Ach, Kristall. Wann ist hier nicht irgendwo blaue Shards da? Ja, jetzt auf einmal finde ich Zinn. Vielleicht war ich die ganze Zeit in der falschen Höhe. Weil ich habe jetzt schon... Kupfer, Eisen... Übern Stack Eisen und erst 18 Zinn. Finde ich irgendwie doof. Loll, wenn ich... wenn ich Silber mit dieser, äh... Pickaxe of Core abbaue, dann kommt da ein Native Silber Cluster raus. Auch noch. Was? Echt jetzt? Habe ich noch nie gesehen. Ja. Und ich baue die ganze Zeit Silber ab. Ach, mit der Pickaxe of the Core nicht. Das stimmt. Und... Das war vielleicht... Vielleicht für Magie oder so? Keine Ahnung. Noch nicht vorgehört. Oh. Boah. Ich hätte gerne ein paar lila Shards. Los. Okay. Hier hole ich mir mal kurz hin. Jetzt finde ich zumindest Tin, das ist gut. Lol. Hier sind zwei Kupfer... äh... Adern aneinander. Gold. Yo, that is you. Ich hätte gerne lila Shards. So schwer kann das doch gar nicht sein. Gelbe Shards. Ich finde hier voll viele gelbe und blaue Shards. Bin ich vielleicht in der falschen Gegend. So, Player. Wir machen jetzt mal ne Aufnahmepause. Ich muss jetzt mal was essen. Jo. Okay. Astana Pfister. Was machen wir jetzt? Von den Heroes of Gaming. Tschüss. Tschüss.